Ihr Lieben, STRG F ist zurück und alle so, ja, haben wir da nicht alle drauf gewartet, also fast ein halbes Jahr. Es ist soweit, sie sind zurück und es gibt ein finales Statement, bevor es am Sonntag schon weitergehen soll. Ja, tatsächlich, STRG F machen weiter, obwohl viele das nicht für möglich gehalten hätten. Ihr erinnert euch sicher noch, im Dezember hat der liebe Rezo den Stein ins Rollen gebracht und in einem langen Video ziemlich präzise dargelegt, wieso das junge Rechercheformat STRG F zwar vielleicht noch jung ist, aber das mit der Recherche nicht ganz so genau nimmt. Die Einzelheiten des Falls erzähle ich jetzt nicht nochmal. Und vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran, dass so ein gewisser dunkler Parabelritter schon drei Monate vorher so seine kleinen Zwistigkeiten mit dem Format hatte und über ähnliche Dinge berichtet hat. Tja, naja, damals ging es um ein aus meiner Sicht handwerklich schlecht gemachtes Video zur Metal-Szene. Das hatte damals echt viele von euch interessiert, aber offenbar nicht genug. Richtig in Fahrt kam ja das alles erst mit der Causa Rezo. Nach einem Video von STRG F, einem Antwort-Video von Rezo, einem Antwort-Antwort-Video von STRG F und einem Antwort-Antwort-Antwort-Video von Rezo steht es um die Glaubwürdigkeit von STRG F so schlecht, dass Funk-Content-Chef Stefan Spiegel bereits erklärt hat, dass eine sehr große Community auf YouTube dem Format nicht mehr traue. Zumindest hatte der Spiegel damals noch weit genug recherchiert, dass der Vorfall mit Rezo nicht singulärer Natur war. Zitat, es ist auch nicht das erste Mal, dass das Format Gegenwind aus der YouTuber-Szene erfährt. Ähnliches erlebte STRG F vergangenes Jahr bereits bei einem Film mit dem Titel Übergriff und Nazi-Merch. Was geht beim Metal? Mit dem sich Alexander Prinz alias der dunkle Parabelritter kritisch auseinandersetzte, was auch hier zu einem Videoaustausch zwischen Funk und dem YouTuber führte. Ich fand es relativ lustig, dass es damals im Rezo-Fall gerade mal um eine Minute 20 in einer halbstündigen Doku ging. Da hätte man als STRG F auch einfach sagen können, ey, Fehler passieren, blöde gelaufen, tut uns leid. Tschüss. Aber irgendwie ist Krisenkommunikation auf YouTube immer so ein Fremdwort. Zumindest muss man der STRG F-Redaktion zugute halten, dass sie diesmal professioneller jegliche Schuld von sich gewiesen haben, als bei dem Video, in dem sie mich als Frauenfeind geframed haben damals. Und trotzdem wurde es zu einem Waterloo. Und darauf haut STRG F dann ihr letztes Statement-Video raus, in dem sie dann sagten, wir arbeiten alles, auch die anderen schweren Vorwürfe im Moment auf. Das machen wir zusammen mit Leuten, die nicht bei STRG F sind. Sobald wir damit durch sind, erfahrt ihr es hier auf dem Kanal. Gebt uns hierfür bitte noch ein bisschen Zeit. Ja, und das bisschen Zeit ist jetzt rum. Der Abschlussbericht, der liegt vor. Und den habe ich mir mal ein bisschen angeschaut. Beinahe, Leute, hätte ich ja vergessen, was oder wer STRG F war. Aber erst vor wenigen Tagen auf der Republika wurde ihnen der Civis Top Award verliehen. Also der Hauptpreis dieser Awards. Das war nicht nur eine Erinnerung daran, dass es STRG F überhaupt gibt, sondern auch, dass es bei diesem Format immer wieder irgendwie so ein Hit und Miss war. Und die Kritik richtete sich auch nicht an STRG F an sich, sondern immer an konkret die, die die Beiträge in diesem Kontext zu verantworten hat. STRG F, die wollten eigentlich nur die Winterpause nutzen. Keine Ahnung, wie lange so eine Winterpause ist. Ja, vielleicht ist die Redaktion vor der ganzen Kritik an den Polarkreis geflohen oder die unterkühlte Stimmung im Netz taut jetzt erst so ein bisschen auf. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie das einfach benutzt haben, um nebenbei schon Sachen vorzuproduzieren. Ja, faktisch kam seitdem jedenfalls kein Video mehr. Und am Sonntag soll jetzt erstmals wieder was auf dem Kanal passieren etwas erscheinen. Und da werden wohl alle, auch ich, ein Auge drauf haben. Nein, offenbar hat sich der Norddeutsche Rundfunk jetzt fünf Monate gegönnt, um mal intern aufzuarbeiten, was da so passiert ist. Da kann man echt froh sein, dass das keine Privatwirtschaftliche Unternehmung ist. Grundsätzlich ist es ja absolut fantastisch, dass man sich da wirklich intensiv bessern will und nicht einfach das Format aufgibt oder einfach umbenennt. Ja, und dann einfach unter einem anderen Deckmantel Quatsch macht. Und so liegt jetzt das Ergebnis vor. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Der Ablauf war nach Senderangaben so. Die STRG-F-Redaktion hat zunächst mit den Autoren des Formats eine interne Fehleranalyse betrieben. Aha, die wurde dann weiteren NDR-Mitarbeitern gezeigt. Sehr gut. Der daraus entstandene interne Bericht wurde dann von drei externen, freien Journalisten begutachtet und kommentiert. Das ging dann irgendwie mehrmals hin und her und da war auch Funk involviert und alle haben sich gefreut. Also zumindest intern. Am Ende steht dann da ein 17 Seiten langer Abschlussbericht. So, lieber Alex, was steht denn da jetzt wieder drin? Das fragt ihr euch jetzt sicher. Das erzähle ich euch natürlich gerne. Weil deswegen habe ich ein Video gemacht. Wenig Neues. Sie beschäftigen sich tatsächlich ausschließlich mit zwei großen Hype-Kritik-Problemen. Das um Theo Strattmann und das mit Rezo. Obwohl meiner Meinung nach ja die Metal-Doku handwerklich mindestens genauso problematisch war. Wobei da das noch größere Problem auch die Reaktion auf mein Video war. Ja, für alle, die das nicht mitbekommen haben. Es gab dann ein Statement zu meinem Statement, woraufhin ich wieder ein Statement abgeben musste, weil alles eine Ebene erreichte, die dann irgendwie ein bisschen peinlich geworden ist. Und für ihre Fehler haben sie sich halt nie entschuldigt. Selbst in dem Statement-Video waren noch Fehler drin. Und ich stehe nach diesem Video immer noch als Frauenfeind da, obwohl ich eigentlich nur nachgewiesen habe, dass sie Fehler gemacht haben. Was, by the way, schon so weit geht, dass Leute aus meinem Umfeld darauf angesprochen werden, warum sie was mit einem Frauenfeind zu tun haben. Und das liegt jetzt ein Dreivierteljahr oder so zurück. Und ich habe das Gefühl, das Thema wird immer größer, anstatt im Sande zu verlaufen. Aber sagen wir abschließend. Ich war damals von diesem Reaktion-Video sehr enttäuscht. Aber ich war jetzt offensichtlich auch nicht ganz alleine mit meiner Einschätzung. Hier mal nur drei exemplarische Kommentare. STRG F hat jetzt mit diesem Bericht einen Schlussstrich drunter gezogen. Und natürlich hätte ich mich jetzt irgendwie noch über eine Entschuldigung gefreut. Aber ehrlicherweise würden es die Leute jetzt eh nicht mehr sehen, die damals das Video gesehen oder die Kommentare über mich gelesen haben. Weil verdammt, wie lange ist das jetzt auch her? Na Leute, spilled milk, wie man so schön sagt. Mir geht es jetzt auch eher darum, dass ich jetzt das Gefühl habe, man hat sich hier auch wieder nur mit den Problemen auseinandergesetzt, die man nicht einfach unter den Teppich kehren konnte, weil sie zu öffentlich geworden sind. Das wirkt für mich wie so ein Wegducken. Mit einmal rein Tisch machen und dann geläutert neu starten, hat das nichts zu tun. Wenn man einmal diesen Eindruck jetzt erzeugen wollte, bevor es wieder losgeht, dann hat man schlicht und ergreifend dieses Ziel nicht erreicht. Das ist im Grunde schon wieder dasselbe, wie diese Art, Statements zu Kritik zu veröffentlichen, in denen man immer nur erzählt, warum alle anderen falsch gelegen haben. Was? Gibt es ein Problem? Wo soll das sein? Wir sehen nichts. Trotz dieser monatelangen Aufarbeitung steht man nach wie vor nicht zu den Fehlern, die man gemacht hat, nur zu denen, die man beim besten Willen nicht mehr öffentlich verheimlichen kann. Aber zurück zum Bericht. Der schlüsselt als erstes auf, was bei der Recherche zu More Nutrition alles falsch gelaufen ist. Das war ja das Video, das von Rezo als erstes kritisiert wurde und dann den ganzen kleinen Skandal ins Rollen brachte. Und da heißt es dann, dass das Video unter großem zeitlichen Druck und in Nachtschichten fertiggestellt worden sei. Ich zitiere, für eine bewusste Desinformation hätte ein absichtsvoller Entschluss vorliegen müssen, trotz besseren Wissens ein Sachverhalt falsch darstellen zu wollen. STRG F gibt an, dass es keine Absicht gewesen war, sondern an den beschriebenen Umständen gelegen hat, dass wichtige Einlassungen von Rezo am Telefon nicht erkannt und nicht weiterverarbeitet wurden. Aha, oder anders formuliert, ey, konnten wir gar nichts für, die Umstände waren schuld. Immerhin ein paar Absätze später heißt es dann, STRG F räumt ein, dass in dieser Situation hätte entschieden werden müssen, entweder die Bestandteile zu Rezo vor der Veröffentlichung aus dem Video zu entfernen oder die Veröffentlichung des Videos zu verschieben. Dies nicht zu tun, war ein Fehler. STRG F bedauert, dass dies dazu geführt hat, dass STRG F der journalistischen Sorgfaltspflicht an dieser Stelle nicht nachgekommen ist. Ja, an dieser einen Stelle. Aber immerhin, da sind wir schon mal ein bisschen weiter. Über fast sechs Seiten geht es jetzt in diesem Stil weiter. Im Detail wird genau auseinandergenommen, wie die eine Minute zwanzig über Rezo so daneben gehen konnten. Später geht es dann auch um das Theo-Stratmann-Video, das inhaltlich kritisiert wurde und schließlich um das erste Statement-Video von Funk. Den Teil, den erspare ich euch jetzt einfach mal. Ich meine, ihr könnt das alles, wenn ihr Lust habt, genau durchlesen. Ich verlinke euch das unten. Denn das, was für uns und was für sie wichtig ist, ja, das sind ja die Schlussfolgerungen daraus. Es soll ja aus dem ganzen Buhai auch etwas folgen. Irgendwas Positives am besten, oder? Und es beginnt auch recht vielversprechend. Im Rahmen der Aufarbeitung kommt STRG-F zu dem Schluss, dass eine Ursache für viele Fehler im Statement-Video eine mangelnde Fehlerkultur und eine reflexhafte Verteidigungshaltung war. Die Redaktion hätte innehalten müssen, um die Fehler zu klären, die eigene Haltung zu reflektieren und angemessen dazu zu kommunizieren. Danke, Captain Obvious. Hat man das dann jetzt gemacht? Und wenn ja, was verändert das jetzt? Ich fasse es mal zusammen. Weniger Output, mehr Faktenchecks und bessere Workflows. Außerdem sollen Recherchewege transparenter gemacht werden und angefragten Personen mehr Zeit für ihre Antworten gelassen werden. Ja, Entschuldigung, aber haltet mich jetzt für komplett verrückt, ja? Aber ich dachte, das wäre alles Standard. Ich arbeite ja jetzt auch mit Funk zusammen und journalistische Standards sind sozusagen die Grundlage von allem, was wir da machen. Wieso muss das jetzt bei euch erst jetzt umgesetzt werden? Heißt das nicht durch die Blume, dass es vorher systematisch vielleicht sogar nicht eingehalten wurde? Und woran lag das denn jetzt konkret? Das war doch eigentlich das, was dieser Bericht erklären wollte. Lag das an den Journalisten und Journalistinnen und deren Kompetenz? An der Führung dieser Abteilung und Missmanagement oder Misskalkulation? Oder an beiden? Oder an einer mysteriösen anderen Möglichkeit, die wir alle nicht auf dem Schirm haben? Wenn man sich jetzt mehr Zeit gibt, dann ist das natürlich prima. Aber wieso gab es denn vorher keinen Mechanismus, der das ermöglicht hat? Das ist doch eigentlich das, was man sich von einer öffentlich-rechtlichen Produktion wünscht, dass genug Zeit da ist, um es richtig zu machen. Nur meine Spekulation, aber vielleicht ist es auch einfach die Herausforderung, die so ein modernes Medium und die Erwartung der Nutzer daran mit sich bringen. Vielleicht funktionieren die alten Strukturen einfach in dieser Kombination gar nicht mehr. Und vielleicht ist es auch das Selbstverständnis. Und dann steht da noch als allerletzter Punkt, STRG F wird sich künftig mehr Zeit für Kritik und den Umgang mit Fehlern nehmen. Wenn Fehler passieren, werden diese sorgfältig aufgeklärt und transparent dazu kommuniziert. Das macht mich dann doch ein bisschen ratlos, weil ich mich jetzt frage, ob sie überhaupt verstanden haben, was eigentlich die Grundkritik war. Nämlich, dass STRG F zumindest in manchen Reportagen tendenziell berichtet hat. Weil man offenbar schon vor der Recherche eine Meinung hatte und sich dann so ein bisschen die passenden Fakten zusammenklamüsert haben könnte, scheinbar. Es geht nicht um zwei Videos, die mal upsipupsi daneben gegangen sind, weil man leider zu viele Nachtschichten schieben musste. Und glaubt mir, ich weiß, was eine Nachtschicht ist. Aber gut, das ist bestimmt auch irgendwie jetzt nur schlecht nach außen kommuniziert. Und intern gab es da bestimmt viele klare Worte. Und überhaupt, also das dachte ich zumindest, oh boy, lag ich falsch. Im Medienmagazin Übermedien ist ein sehr langer Artikel zu diesem Verfahren veröffentlicht worden. Der ist leider hinter der Paywall. Ich verlinke ihn euch aber trotzdem. Da unten ein Abo bei Übermedien lohnt sich sowieso immer. Darin heißt es unter anderem, dass hier eben nicht lange und gründlich aufgeklärt wurde. Doch die Verzögerung ist in diesem Fall Ausdruck davon, dass dem Sender selbst die Aufbereitung des umfassenden Misslingens misslungen ist. Der Personalrat hat in einem Brandbrief an den Intendanten seine Vorbehalte gegen das Verfahren und den Bericht in deutlichen Worten formuliert. Er sorgt sich, dass der nächste Shitstorm droht und die Mitarbeiter vom Sender allein gelassen werden. Ja, die wissen also intern schon, dass ihr Bericht scheiße ist. Etwas weiter im Text heißt es dann. Aber wer nach so langer Zeit der internen Aufbereitung mehr erwartet hatte, nämlich Hinweise darauf, wie das alles so schief gehen konnte, was für eine Kultur da herrscht in der Redaktion, aber auch im Sender, warum die Arbeitsweisen so problematisch waren, wieso es zunächst so schwer war, Fehler einzuräumen und welchem Druck und welchen Zwängen ein Format des ARD-ZDF-Jugendnetzwerks Funk ausgesetzt ist, der wird enttäuscht. Und das ist eigentlich die Quinta Essentia. Das ist das, was wir eigentlich hätten wissen müssen nach diesem Bericht. Kurzum, die haben eigentlich nur sehr lange journalistische Fehler aufgezählt, die alle schon längst bekannt waren, haben die eigentlichen systematischen Probleme aber offenbar überhaupt nicht besprochen. Wunderbar! Man fühlt sich so ein bisschen für dumm verkauft. Das ist halt nicht lineares Fernsehen. Und ich habe es im letzten Jahr schon gesagt. Man ist sich in diesen Redaktionen der massiven Reichweitenverantwortung auf Social Media einfach nicht bewusst, wenn man sie eben nicht über Jahre selbst aufgebaut hat. Dieser Art, wie man mit Communities, mit der Internet-Menschenmenge kommuniziert und was das für Konsequenzen hat. Kritisiert wird auch, dass die Aufarbeitung von den Redaktionsleitern von STRG F organisiert wurde und nicht von irgendeiner externen Firma. Ach nicht? Also irgendwie hatte ich das aus den Statements vorher so rausgelesen. Naja, es lag wohl an meiner Lesekompetenz. Aber es geht weiter. In dem Brief des Personalrats an NDR-Intendant Joachim Knuth, der über Medien vorliegt, wird das Wort Aufarbeitung in Anführungszeichen geschrieben. Ist das ein interner Running Gag beim NDR oder was? Sie sei selbst für die Mitarbeitenden intransparent. Der Untersuchungsauftrag unklar. Es habe an professioneller Begleitung gefehlt. Und dann schließt der Text mit meinem persönlichen Highlight. Die Ironie dabei ist, dass der Bericht selbst feststellt, das ist schon das Statement-Video, also der erste Versuch, auf die Kritik von Rezo zu reagieren, unter anderem an der eigenen Betroffenheit, der Macher scheiterte. Es wäre besser gewesen, das in die Hände eines nicht involvierten Personenkreises zu legen. Das hat man beim NDR erkannt. Und dann mit diesem Bericht denselben Fehler nochmal gemacht. Treffer. Versenkt. Und irgendwie, Leute, beschleicht mich jetzt ein noch krasserer Schauder. Nämlich, dass das Problem sehr viel größer ist, als die Redaktion von STRG-F selber. Uiuiuiui. Also, ich fasse zusammen. Man hat in einem halben Jahr im Prinzip nichts gemacht, um diesen Prozess zu einem befriedigenden Ende zu führen. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dasselbe zu machen, was man die ganze Zeit hätte schon machen sollen. Nur langsamer. Und damit kostenintensiver. Und am Sonntag wird einfach wieder fröhlich weitergesendet. Mal sehen. Vielleicht gibt es da ja nochmal ein Statement oder so, wo diese Lücken noch aufgeklärt werden. Aber bisher ist das einfach ein bisschen dünn. Für mich zumindest. So, meine Lieben, für mich ist das Thema jetzt auch erstmal durch. Und ich habe es euch ja auf dem Hauptkanal im letzten Video auch nochmal erklärt. Wir sollten auch alle mal ein bisschen mehr chillen und rauszoomen. Und vielleicht, um jetzt mal rauszuzoomen, hat dieser Skandal dafür gesorgt, dass der ÖAR jetzt mal checkt, dass sie diese Form von Inhalten richtig machen müssen. Angemessen mit angemessenen Mitteln und Mitarbeitern ausgestattet. Und man eben keine Fernsehqualität unter Internetbedingungen erwarten kann. Daher, meine Lieben, wir wissen immer noch nicht, wer schuld ist und werden es vermutlich niemals herausfinden. Deswegen, bleibt auch entspannt. Lasst uns gemeinsam schauen, wie es weitergeht. Und falls ihr euch fragt, warum das Video hier kam und nicht auf dem Hauptkanal. Ob mir Funk einen Maulkorb auferlegt hat. Nee, es ist einfach Wochenende. Ich habe keine Zeit, die ganzen bürokratischen Hürden jetzt irgendwie noch zu nehmen. Ich muss übermorgen mein Festival aufbauen und mein Team und das Team vom MDR arbeiten gerade an einem Zweiteiler von der Line Exposed für nächste Woche. Voraussichtlich Mittwoch und Sonntag. Also feinste kritische Unterhaltung für euch, die vorbereitet wird, keine Sorge. Und da hat dieses Video beim besten Willen nicht mehr funktioniert. Und auch nicht bei allen Nachtschichten, die ich in dieser Zeit noch hätte einschieben können. Mir war es einfach noch wichtig, das noch loszuwerden, bis ich hier den Schlussstrich ziehe. Wie fandet ihr die Aufarbeitung? Lasst mich das gerne unten wissen. Aber bleibt fair, bleibt gechillt. Und guckt euch noch mein sehr gechilltes Interview mit dem Pressesprecher von YouTube an. Bis dann, meine Lieben. Tschüssikowski. Bis dann, meine Lieben. Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.